Wir haben den 26.08.2022. Der Spatz ist ganz aufmerksam. Und auch heute, wie man die Audioaufnahme hört man, wie die Vögel. Und dort habe ich vorhin einen Bauchfink oder einen Distelfink am Boden sich so schnell bewegt. Und beim Fliegen dann aussehen wie ein Bachstelz. Oder dann ein ähnliches Flugverhalten hat. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.